In diesem Video geht es darum, wie man zum Thema einer wissenschaftlichen Arbeit findet. Und das ist ein vielschichtiger Prozess. Es spielen verschiedene Dinge eine Rolle, die hier de facto als Übersicht und Inhaltsverzeichnis erst mal genannt werden sollen. Der erste Schritt bei der Wahl des Themas wäre die Themensuche und welche Determinanten dabei eine Rolle spielen, was beeinflusst uns bei der Themensuche. Wenn wir ungefähr eine Ahnung haben, an welchem Themenfeld wir unsere Arbeit schreiben wollen, wäre der nächste Punkt, dass wir uns klar darüber werden, welche theoretische Relevanz das Thema aufweist. Was versteht man unter theoretischer Relevanz des Themas? Hierbei geht es darum, wie das formulierte Thema sich in die wirtschaftswissenschaftliche Diskussion einordnet. Also warum es aus Sicht der Literatur, der Diskussion in den Zeitschriften und in den Foren sinnvoll ist, sich mit diesem Thema gerade auseinanderzusetzen. Wir begründen also, warum wir ein Thema aufwerfen. Es ist ein bisschen so, als ob Sie sich eine Diskussion in der Praxis vorstellen, also eine Podiumsdiskussion und sich dort zu Wort melden. Dann würden Sie auch vielleicht vorher sagen, warum Sie gerade Ihren Beitrag jetzt erbringen möchten. Und das wäre in einer wissenschaftlichen Arbeit völlig vergleichbar die theoretische Relevanz des Themas. Außerdem wollen wir uns noch, müssten wir auch angeben, welche praktische Relevanz unser Thema hat. Was verstehen wir unter praktischer Relevanz? Ja, unsere Auseinandersetzung innerhalb unserer theoretischen Auseinandersetzung mit einem Thema innerhalb der Wirtschaftswissenschaften soll ja einen Sinn und Zweck in der Realität haben. Und das wäre die praktische Relevanz des Themas. Selbst eine rein theoretisch formulierte Arbeit hat Auswirkungen auf die Praxis, die wir hier angeben sollten, um auch dem Praktiker eine Einordnung zu ermöglichen, warum unsere Arbeit für ihn wichtig sein kann. Theorie und Praxis sind eng miteinander verknüpft. Ich glaube, man kann das am besten deutlich machen, indem man sich klar darüber wird, wie modelliert wird. Wissenschaftliches Arbeiten könnte man nämlich mit Modellieren sehr gut beschreiben. Deshalb will ich zwischendurch auch noch mal zum Modellieren etwas erklären. Ja, wenn wir jetzt die theoretische und die praktische Relevanz erklärt haben, dann müssten wir unser Thema einordnen. Die Einordnung erfolgt auch im Rahmen der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion. Man müsste also sagen, unser Thema ist in diesem Themenfeld einzuordnen, hat Verwandtschaft zu ähnlichen Themen oder hat Bezug zu anderen Wissenschaften. Und das könnte man alles als Einordnung mit angeben. Sehr wesentlich für ein Thema ist auch seine Eingrenzung. Man könnte sagen, zu einem richtigen Thema kommt man eigentlich erst, wenn man es für sich individuell spezifisch richtig eingegrenzt hat. Die Eingrenzung der Arbeit spielt deshalb eine ganz zentrale Rolle. Mit der Eingrenzung haben Sie die Möglichkeit, selber für Ihr Thema überhaupt erst Experte zu werden, weil Sie sich nicht mehr mit einem breit gefächerten Themenfeld befassen. Jedenfalls nicht so spezifisch, sondern bei Ihrem Thema wirklich Experte werden können und dann entsprechend auch das Kommunizieren in Ihrer Arbeit. Ja, wenn Sie jetzt ein Thema gefunden haben, dann formulieren Sie dazu die Forschungsfrage. Die Forschungsfrage gibt letztendlich das Ziel der Untersuchung wieder und sollte genau wie die theoretische Relevanz des Themas, die praktische Relevanz des Themas, die Einordnung und die Eingrenzung auch explizit in der Einleitung der Arbeit erwähnt werden. Man kann die Einleitung einer Arbeit im Wesentlichen oder zum Teil auch als Begründung der Themenwahl auffassen. Also mit der Einleitung würden Sie begründen, warum Sie dieses Thema gewählt haben, würden das Thema deutlich machen und erklären. Ein weiterer Schritt in der Einleitung ist dann noch der Aufbau der Arbeit. Das hat jetzt aber nichts mit der reinen Themenfindung zu tun. Ich will es hier bloß ergänzen, weil wir schon ein bisschen über die Einleitung gesprochen haben. Ja, diesen Überschriften, die sollen jetzt für die nächsten Videos so ein bisschen die Richtung vorgeben. Im nächsten Video befassen wir uns mal mit Ideen zur Themensuche.